Wir haben eine gewalttätige Todesfolge in San Malo. Ich bin vor Ort. Ich war Zeuge der Tat. Und sag ihm, ich bin auf dem Weg. Der Chef ist in San Malo, hat die Täterin gefasst, nimmt ihre Aussage auf und kommt dann zurück. Sie war's. Was wollen Sie da noch ermitteln? Sie können mir helfen zu verstehen, wie es dazu kommen kommt. Drei Menschen sind tot. Drei. Müssen noch mehr sterben, bevor sie reden? Reden Sie endlich!